Jo, da sind wir wieder bei Alien Dieselation und ich horch hier und horch, wo ist das Alien und hast es nicht gesehen? Bin ja schon mal bis unterm Schacht gekommen. Bisschen zumindest weiter gekommen. Ich glaube ich muss auch das mit diesem Geräuschding könnte ich vielleicht weg machen oder? Wartet mal. Hmmmmmmmmmmmm. Hmmmmmmmmmmmm. Ne, Moment mal. Hier Geräuschfassung, da machen wir halt mal aus. Ich hört es mich vielleicht nicht immer den Leuten, das ölle Ding. Und wir schleichen hier rum. Und irgendwie ist es ja schon wieder irgendwo, ne? Na, wo ist er denn schon wieder? Oh, da lässt mich nicht mehr ruhig, ne? Bin hier umzingelt von allem. Wo ist es denn jetzt? Irgendwo wieder rauf, glaube ich. Ne, irgendwo dappte er hier rum. Über mir, über mir, über mir. Oh, jetzt ist er wieder da. Wo ist er denn? Wo auf alter Seite? Ah, hier, Bär, bleib mal da drin. Das ist gut. Vielleicht können wir auch die Tür ziehen machen. Ich weiß gar nicht. Ach, du musst das jetzt zischeln. Oh, verdammt! Na, worum jetzt? Hast du mich jetzt gesehen, sag mal? Geht's noch? Oh, nee, Leute, oder? Das ist halt so Mäuselmelken hier. Wie oft muss man das jetzt hier machen? So, vorhin habe ich es so gemacht. Da bin ich hier so lang geschlichen. Und habe auch mal ein bisschen Verstecken mit dem Ding gespielt. Und dann hat es geklappt. Da bin ich rausgekommen, hier zumindest. Aus diesem Bereich. So, jetzt müssen wir gucken. Da hübe ist er. Gehen wir hier lang. Vorne steht er rum. Oh, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Verdammt. Hier ist er nicht mehr. Okay, jetzt ist er. Wo ist er jetzt hier? Ich sehe ihn nicht mehr. Ah, da. Okay. Jetzt ist er da. Okay. Und er geht zu mir. Dann verschwinden wir hier. Und wieder da lang. Jawohl. Und. Er ist da vorne. Aber verschwind doch jetzt mal. Mensch, das ist ja ätzend wie dem Ding. Ohne Scheiß. Ich glaube, jetzt ist er raus, oder? Eigentlich wäre man lieber mal noch hochladen würde. Ach ne, hier hinten ist er irgendwo. Aber wo? Scheiße, wo ist er denn jetzt wieder? Oh, hier ist er ja. Scheiße. Jetzt habe ich wieder vergeigt, jetzt hier. Komm, renn doch mal. Jetzt renn. Wem rennen die alle? Ich verstehe sie. Warum rennt sie nicht? Warum rennt sie nicht? Jetzt. Renn, 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 renn. Komm, renn, renn, renn. Immer rennen. Was ist denn jetzt? Renn doch weiter. Renn, renn, renn. Los. Mach doch mal. Mir fällt bald der Finger ab hier. Warum renne ich denn nicht jetzt? Los, 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 los. Hier rein, hier rein. Drück, 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 drück. Oh, nein, 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 nein. Fuck, 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 nein. Ah, verdammt. Ich krieg' nen Hals. Ich krieg' nen Hals. Ah, verdammt. Wo warst du denn jetzt schon? Oh, ich war schon nah dran gewesen, Mensch. Sie müssen immer gerade aus. Sie müssen immer gerade aus. Aber ich glaube, mit renn, bis kommen wir ja gar nicht weit. Ich glaube, das bringt irgendwie gar nichts. Ich weiß nicht. Oder wir müssen ein Stückchen rennen, verstecken und wieder schleichen und irgendwie so. Ah, fuck. Das war schwierig hier, Leute. Schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig ist das hier. Los, komm, wo ist es denn jetzt, Alien? Jetzt kommt er hier mal raus, okay? Na los, jetzt renn los. Wenn er hier kommt, geh ich jetzt weiter. Hopp, 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 mach, 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 mach. Bewegt deinen Pops. Los, 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 los. Komm, 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 komm. Bis zum nächsten Bett. Los, hopp, hopp, hopp. Wo ist das nächste Bett, das nächste Bett? Hier, nein. Hier, los. Drunter, 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 drunter. Mach deinen Pops drunter. Uh, okay. Uh, und warten. Warten, 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 warten. Okay, so. Wir stehen schon mal hier. Wir stehen schon mal hier. Uh, jetzt müssen wir da gerade raus und dann müssen wir nach... ...danunter, glaube ich. So. Jetzt gehen wir zum nächsten Bett. Los, zum nächsten Bett. Hopp, zum nächsten Bett. Da ist er, bleib stehen. Er kommt, er kommt, er kommt. Da vorne ist er, okay. Okay. Okay, er ist na auf, ne? Er ist na auf. Könnten wir rein, theoretisch weitergehen. Warte, warte, warte. Scheiße. Das kommt weiter, 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 Elend. Äh, Elend, sorry, schon. Replay. Ich höre dann irgendwo, glaube ich. Ja. Oh, ich treu mich gar nicht rumzudrehen, hey. Das ist wieder hier irgendwo, alte Sack. Ich muss eh hier lang, ne? Hm, ich muss... So, wo ist es denn jetzt, das Alien-Mensch? Herrgott, noch mal. Bitte mal zum nächsten Bett wandern, jawoll! Oh jetzt ja, was denn jetzt? Alter, da ging es jetzt nimmer oder was? Was ist denn jetzt, was ist denn jetzt? Komm ich den hoch? Achso. Komm mach. Komm, 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 komm. Los, weiter, 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 immer weiter. Nicht ablenken lassen, einfach weiter. Lass fallen. Der war los und weiter, hopp. Nein, halt dich fest. Oh nein, ich hab doch nichts gedrückt, Mann. Oh, fuck, ey. Wie ist das Nervenaufreiben hier, Leute? Ah, Minf. Oh nee, jetzt muss ich hier wieder machen, oder was? Ich krieg einen Holz. Oh nee, oder? Ach, das kann ja nicht sein, oder? Wo ist denn jetzt das Alien? Möchte ich Scheiße nochmal machen hier aus. Kann ja mal nicht sein, oder? Gut, warte mal kurz. Oh, meine Güte. Hm. Hm. Hallo, da ist er hier, mein Freund. Juhu. Und weiter. Ich glaub, da kommt schon wieder raus, gerade eben. Scheiße, 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 Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Muss denn das jetzt sein, Mensch? Oh Gott, nochmal, ey. Scheiße, Scheiße. Ich muss mal riskieren jetzt hier. Das ist ja dumm, dass hier kein Speicherplatz ist. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist schmied, ey. Los jetzt, mach das gescheit hier, Alter. Hopp. Los, halt dich fest. Kannst du wieder weiter gehen? Die ist ja verbunden. Kannst du dich halt festhalten? Und bitte weiter gehen. Und jetzt wieder rein hier. Ja, komm. Los, los, los. Mit der Zeit. So, wo lang jetzt? Wo lang, wo lang, wo lang? Wo lang, wo lang dann? Ich seh ja nix. Hä? Moment mal. Wo lang jetzt? Hä? Ach so. Wo lang jetzt hier? Alter. Schon ja lang, aber, hä? Ach, jetzt. Ah, hier. Jetzt, ich seh es. Ging die Lampe nicht an? Sauerei, oder? Ist richtig jetzt hier? Oh ja, wahrscheinlich gut er ist. Moment, aber können wir mal hier so ein Mediapack bitte verwenden? Geht das auch mal nebenbei? So, da bauen wir wegen, ist mir egal. Ne, bauen können wir können, aber... Verwenden wir doch gern einen. Ja, bitte, danke. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Meine Güte, das ist aber auch nervenaufreibend heute hier. So, ich hoffe, dass wir das dann mal, dass wir nicht nochmal essen machen müssen hier. Jetzt sind wir auch schon mal zum Elsch hier. So. So, das haben wir. Okay. So, jetzt würden wir gerne mal speichern wollen. Auch, ne? Wär das so geil, ey. Hier liegt irgendwas rum. Schrott. Okay. Okay, so. Okay. Wo sind wir denn hier? Ich muss mich erstmal orientieren hier. Nicht zum Speichern ist hier grad gar nix. Da lang muss man. Ich denke mal nach diesen Aufzug kurz speichern. Alter. Leute. Leute, Leute, Leute. Das war wieder ein Krampf heute hier. Aber wir haben's Gott sei Dank mal noch tausend Toten hier geschafft. So, jawohl. Und da nehmen wir raus. Was kommt denn jetzt wieder zu mir? Schau mal schnell. Das sind die Schönde vinegar. Das sind die Schöndezan trainieren. Und die Schöndezanlage Mulher. Ach nichts. So, es hat gespeichert, Gott sei Dank. Bringen Sie mir durch die Asserts zum Täler. Was wird gefahren? Finden Sie einen alternativen Aufzug. Na, hier geht es halt lang, Leute. Wir müssen hier durchs Rohr. Alter, ich sehe aber auch so viel hier, muss ich mal sagen. Jetzt wird es besser. So, sind das wirklich so nebelig? Ne, jetzt wird es besser. So, warte mal da oder da lang? Warte mal, was liegt denn hier noch? Bindemittel ist immer gut. Hier liegt auch noch was rum. Ach, das ist natürlich wieder voll. Warte mal, können wir irgendwas herstellen hier? Geht denn das? Die können wir nicht. So. Vielleicht was anderes herstellen. Moment mal, Elektroschocker, äh, Fackeln, Geräusche machen. Ne, ich glaube, wir gehen lieber weiter, oder? Äh, was ist denn das hier für ein Gewirr? Hier liegt auch noch irgendwas. Leuchtfackel. Der Alien, ich glaube, der Alien, da folgt mir auch so ein bisschen hier, wo ich so das Gefühl... Weiß nicht, weiß nicht, ob ich euch so sicher bin. Und dann wollen wir mal raus, oder wie? Ich darf nicht dein Teil. Das muss ich in Ordnung bringen. Hör auf, wir können ja speichern. Willen wir mal schnell speichern, Leute? Wir speichern lieber mal schnell. Ach, da vorne ist irgendwas zu. So, da haben wir es erstmal, Leute. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.